Hallo, hier ist Tanja von Die Hausies mit natürlich Familie Enterich und es ist Unboxing Zeit und zwar mit einem neuen Spiel von Schmidt Spiele. Ups, nicht reinschneiden. Und natürlich mit Rita Model diesmal und das Spiel heißt Kufstein. Wir haben es schon mal, ich glaube, nee, der Bericht, den haben wir noch gar nicht online gebracht. Wir haben es schon mal gespielt als Demo-Version mit der lieben Rita und das war auf der Brettspiel-Con, also abends im Hotel. Und ja, hier haben wir jetzt das Spiel von allen Seiten und ja, es ist ein Familienspiel ab acht Jahre, zwei bis vier Spieler, circa 45 Minuten steht drauf. Und ja, jetzt schauen wir doch mal gemeinsam in das fertige Spiel rein. Hier ist die Anleitung und ja, war eigentlich, ich denke mal, relativ, ja, wir haben nur sieben Seiten, ist also schnell gelerntes Spiel. Und hier haben wir jetzt die verschiedenen Instandsteile und ja, sind natürlich gute Qualität, wie man es von Schmidt Spiele auch erwartet. Und vor der Rückseite, hier sind verschiedene Häuser, verschiedene Landschaften drauf, weil es ist natürlich ein Plättchen-Legespiel. Vor der Rückseite. Hier haben wir jetzt das Zielbrett und so sieht es jetzt von innen aus und ja, hier haben wir jetzt verschiedene Holzsachen, das weiß ich schon. Und hier haben wir dann verschiedene Karten. So, hier haben wir nämlich dann die verschiedenen Sachen, die man sich erarbeiten kann. Da war, glaube ich, irgendwie, ich habe es einmal erst gespielt, aber ich denke mal, ich werde da schnell wieder reinkommen. Hier haben wir, das sind natürlich die Punktesteine und ja, vier Spieler, genau. Und ja, ihr seht, es sind nicht viele Ressourcen. Diese Ressourcen oder die Bäume sind knapp. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Da war, glaube ich, irgendwie sowas. Und hier haben wir jetzt verschiedene Karten. Das sind dann quasi die Auftragskarten, die man erledigen muss. Hier haben wir die Rückseite und hier haben wir dann die Vorderseite mit den verschiedenen Aufgaben. Wie man halt die Plättchen gelegt haben muss. Ja, da haben wir die verschiedenen Landschaften auch abgebildet. Eigentlich ist alles selbsterklärend, alles sprachneutral. Und das war auch schon das ganze Material. Wir werden euch natürlich von dem Spiel berichten. Und ja, wir sagen bis zum nächsten Mal. Tanja von die Houses und Familie Enterich. Tschüss.